und da bin ich auch schon wieder hallo und herzlich willkommen zurück zu star ja auch den komischen planeten was ist das und warum leuchtet es und jetzt holen uns das upgrade hierfür das war das so schön dass wir so viel scannen können ich will alles nicht lesen wissen was wir hier machen freundlich dahinten geht so unter da geht es aber tief runter ich meine also jetzt haben wir also auch noch bei uns mit dabei auf deutsch pille wenn es Ja. Na zweiten Gedanken, ich könnte besser zu sein, Hugh. Ich könnte helfen auf der Shuttle. Ich habe einen Hadestart auf dieser Anagebe. Eine gute Idee. Wir müssen die Radio Tower auswählen. Wenn wir nicht versuchen, die ganze Universität zu retten, das könnte eigentlich Spaß sein. Wenn du so sagst, Captain. Captain. Ach du Scheiße. Okay, Steuerung, Steuerung, komische Steuerung. Na doch, es geht. Daran gewöhnen. Oh. Wow. Da bin ich durchgeflogen. Sehr gut. Was war das jetzt? Ich glaube, ich bin dort ein. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Oh, hier. Die Tauere, die uns aufgerissen sind. Unsere Schotten wird nicht weit, wenn die Tauere immer operativ wird. Na ja, wir gehen. Na ja, nur ein, sollte nicht zu schwer. Das ist immer, dass ich zu kraft. Das ist, dass ich verpricht. Hat jemand sagt, dass du ein bisschen aufgerissen kannst? Ja, Captain. Du sagst mir das mit einer großen Frequenz. Ich bin sicher. boah klettereinlage Der Krieg erscheint, dass sie geschlossert werden. Wie können wir sie geschlossert werden? Unsere Tricorder sollten sie sie zeigen, wenn nur temporär. Oh Gott, die sitzen ja überall, die Hexen. Ähm, hallo? Ah. So gut. So waren alle, oder? Ich würde sagen. Oh, so eine coole Waffe. Striker. Ah, das ist ein Scharfschützengewehr. Woah. Hat natürlich nicht allzu viel Schuss, aber egal. Ach, Munition, sehr gut. Das ist... Warte, das ist eine Lebensdinge. Und das ist Munition. Sehr gut. Äh. Okay, wie komme ich da jetzt rüber? Gar nicht. Muss ich die kaputt machen? Ich hoffe mal nicht. Kann ich hier hinterher keine Deckung nehmen. Sehr gut. Spock. Ich bin noch hier. Witzig. 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 Ja. Witzig. Ansonsten. Witzig. Ja. Das ist cool. Ich habe mich daraufhin zu verraten. Ich habe mich daraufhin zu verraten. immer noch so könnte ich schon mal ein bisschen beeilen war jetzt wollte ich auch schon ein bisschen leben nicht viel aber ein bisschen und auf jeden fall neue munition so rüber hier nicht so eine waffe mit und wie es müssen beide ankommen gehackt scan bypass was auch immer das da oben ist ich glaube das ist das sicherheitssystem das andere war gerade die tür mein gott wenn ich reagieren dann hoffen greifte ich mich durch gute idee heilmaschine sonst da muss ich durch sonst ist hier nichts okay Was ist das? Das hat er zum Glück keinen Arsch mit mir. Schloss oder Granate? Okay. Naja. Das ist nicht so gelaufen wie ich gerne hätte. Warum kann ich den ja nicht draufhauen? Was ist das? 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 Haben wir es jetzt? Kann ich eigentlich nur aufnehmen? Will ich ja gar nicht. So Granate. Hm 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 hm. Noch irgendwas. Da ist noch eine. Noch eine. Hallo? Mehr kann ich nicht aufnehmen? Sehr gut. Ja klar. Ich kann nur zwei Plasmonare antragen. Was ist das für ein Ding? Okay, soll mich anscheinend nicht interessieren. So. Wir sind schon ganz sicher. Wir haben die Worte mitgelegt. Wir werden mit einem Bezug aufbauen. Das wird es für unseren Systeme gut verholen. Ich bin ein Ding. Das wird uns zu. Wir werden. Wir sind zu. Wir sind. Wir sind. Wir sind ein Ding. Danke für die Hilfe. Wir sind. Wir sind. und am und ich muss sagen die spielung bis jetzt ganz schön also ich dachte wirklich nicht dass es so lange dauert es hat auch viele schlechte bewertungen gab und so dachte ich das ist relativ schnell vorbei aber auch gut mehr zeit desto besser das nächste projekt ja dauert noch ein bisschen bis es rauskommt zwei muss ich schaffen diese steuerung ja regi auch dann wenn ich darauf drücken ok das hat jetzt überhaupt nicht geholfen zu den jetzt gehackt spock ich glaube nämlich nicht dafür gar nicht angezeigt ok ist ja nicht so wichtig so zbock z z z z z z z z z Das sehe ich. Das brauchst du mir nicht sagen. Ah, da. Das ist wahrscheinlich ein Sicherheitszentrum. Wenn wir den zentralen Computer abholen können, können wir das Hauptsicherheitssystem abschließen. Das würde unser Job viel einfacher machen. Es ist ein Coolant-System, die durch die Pfeifen drüben. Wenn wir das Coolant stoppen, sollte es das Hauptsicherheitssystem abschließen. Dann versuchen wir das doch mal. Und wir klettern diesmal durch die Schächte, um vielleicht diesmal nicht gesehen zu werden. Sonst muss ich diesmal nur noch 130 Leute angreifen. Was soll ich denn tun? X. Let's see what we've got here. The Limex. Da können wir nicht weiter. Werden wir nur gesehen. Ja, klar. Der hat uns gesehen. Mit Sicherheit. Die Limex. Das ist sicher. Das war nicht gut. Ach, hilf mir mal. Ja, super Idee. Mach hinne. Schon wieder. Enoch. Ah. Was ist das jetzt hier? Oh. 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 Okay. Mein Gott, dann versucht man hier mal beide zu schocken und nein, es funktioniert nicht. Warum auch? Nein, ich bin ein blödes Spiel. Ich kann das nicht. Ach, der ist das. So, dann machen wir. Spock? Ah, der tut schon. Guckschön. Wo muss ich hin? Da unten. Ähm. Hm. Müsste ich durch den Raum, den ich gerade aufgeschlossen habe? Da. Runter. Power-Z ist rechts. Da haben wir sie schon. Sehr gut. Sehr gut. Und jetzt, was muss ich das nächste nochmal machen? Äh, access to the core. Okay, irgendwie logisch. Dann hoch, die Leiter. Hoch, die Leiter. Das Spiel ist voll. Das Spiel ist voll. Ja. Gut, dass ich die jetzt gelockt habe, denn wir machen erst in der nächsten Folge weiter. Mein Gott, wir sind schon bei 27 Minuten. Äh, danke, dass ihr bei wart und wir sehen uns dann, äh, morgen wieder am Mittwoch. Ähm, tschüss. Auch wieder auf. Auch wieder auf. Bis zum nächsten Mal. Auch wieder in der nächsten Folge.